Wir sind fähig, anderen Wesen gegenüber Zuneigung, Liebe und Mitgefühl zu entwickeln, wenn wir uns bewusst machen, dass wir die unbegrenzte Fähigkeit zur menschlichen Zuwendung besitzen. Wir alle kennen dieses Gefühl, das sich auf spontane und natürliche Weise zwischen Mutter und Kind einstellt. Ohne diese Zuwendung könnten wir Menschen nach der Geburt nicht überleben. Dieses Gefühl lebt in allen Menschen. Aus diesem Grund sind wir zur innigen Liebe fähig.